Ich fragte Van Rindfink, ob er sich heute schon gegruselt habe. Selbstverständlich. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Ich erklärte ihm, dass ich nicht den Grusel meinte, den wir täglich in den Nachrichten zu sehen bekämen, sondern den aus Filmen, wie man sie früher gesehen hätte. King Kong, Frankenstein, der Schrecken schleicht durch die Nacht. Mumien, Monstren, Mutationen. Nein, sagte Van Rindfink knapp. Siehst du, antwortete ich ihm. Ich auch nicht. Aber ich könne mich noch so gut an die Atmosphäre im Kinosaal erinnern. Besonders an den Duft des Popcorns. Ich könne so viele Bilder ganz lebhaft vor mir sehen. Und ich könne sie ihm zeigen. Ach ja? Ich forderte Van Rindfink auf, sich mit mir auf die Reise zu begeben. Man werde ja sehen. Ich kann sie ihm zeigen. Aaaaahhhhhh Aaaaahhhhhh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Euphorisch versicherte Van Rindwink, dass er sich seit langem nicht mehr so richtig gegruselt habe und wie gerne er sich an all diese schaurig schönen Momente erinnern würde. Sag ich doch, mein Lieber, war meine lakonische Antwort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020